Musik Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu unserem ersten Abend in Büsum. Wir haben uns gedacht, wir gehen einmal zur Familienlagune, das reicht für den ersten Abend aus und das sind die Bilder, die wir hier gemacht haben. Wie ihr gleich sehen könnt, war es an diesem Abend nicht wirklich warm. Damit ihr ungefähr sehen könnt, wo wir uns gerade befinden, habe ich euch mal diese Karte hier hereingepackt. Wenn es richtig schön warm ist, haben die Kids hier bestimmt ihren Spaß. Musik Und das Auto dachten wir uns. Musik 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 Neben der DLRG und einiger Infostände gab es hier auch was zu futtern. Musik An einer Infosäule gab es auch interessante Informationen über die Hochwasserstände in den einzelnen Jahren. Musik 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 Ja, kommen wir nun zu den wichtigen Dingen, dem Essen. Musik 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 Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr es liken würdet, unseren Kanal abonnieren und wenn ihr keinen Film mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020